Du hast Probleme in Latein? Dann habe ich jetzt die perfekte Lösung. Auf meiner Website findet ihr Massen an Lerntutorials, Übungen, Klausuren zu allen Themen perfekt auf den Lernstoff angepasst. Werde jetzt einer von vielen Usern und gehe den Weg zu einzelnen Latein. Link in der Beschreibung. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon heute gesehen habt, geht es heute mal um die dreiendigen Adjektive in Latein. Falls dich für das heutige Video interessiert, würde ich mich darüber sehr freuen, wenn du einfach bis zum Ende dranbleiben würdest und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an mit dem Video. Dann kommen wir zunächst einmal zu der Frage, was sind denn jetzt überhaupt dreiendige Adjektive und warum gibt es da so eine einzelne Kategorie? Dabei ist dann wichtig zu wissen, dass im Prinzip Adjektive, die dreiendig sind, nicht normal dekliniert werden. Diese Adjektive haben im Singular Nominativ drei Endungen. Sie werden jedoch nicht so dekliniert wie beispielsweise Bonnus a um, die auch zwar drei Endungen haben, jedoch nach der o Maskulinum und nach der a Deklination dekliniert werden. Anders ist das Ganze bei dreiendigen Adjektiven, denn diese werden nach der dritten Deklination dekliniert. Das ist die konsonantische Deklination. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel für ein dreiendiges Adjektiv. Und zwar wäre das jetzt hier in dem Fall Hier hat man eben diese drei Endungen und man sieht auch schon einen deutlichen Unterschied von den Endungen zu Bonnus a um. Es ist nicht dieses typische Us a um Adjektiv, sondern eben a ker, akris, akre. Gucken wir uns da jetzt mal genauer die Deklination an, beziehungsweise wie es dekliniert wird. Hier haben wir im Nominativ Singular, wie ich schon gerade eben gesagt, drei verschiedene Endungen. Aker, akris, akre. Dann im Genitiv und Dativ sind alle Endungen komplett identisch, also genau nach der konsonantischen. Im Akkusativ dann jedoch akrem, akrem, also Maskulinum und Pheninum ist gleich. Und dann im Neutrum muss man eben wieder darauf achten, dass der Nominativ und Akkusativ immer gleich ist, also akre. Im Applativ dann akri, akri, akri. Hier muss man wieder darauf aufpassen, dass man nicht denkt, es ist akre, weil es eben nach der konsonantischen zum Beispiel ein E sein müsste. Jedoch hier muss man einfach auswendig lernen, es ist ein I im Applativ Singular. Dann im Plural hat man Nominativ akris, akris, akria. Akria ist hier auch im Neutrum, da muss man eben wieder darauf aufpassen, dass es ja meistens im Plural ein A ist. Das Ganze sieht man dann auch wieder im Akkusativ, hier ist es auch wieder das Gleiche. Der Genitiv, Dativ und Applativ ist hier auch wieder identisch im Plural, darauf muss man dann eben nicht so besonders aufpassen. Also abschließend kann man hier sagen, ihr müsst auf jeden Fall das Neutrum aufpassen, also hier wieder daran denken, Nominativ, Akkusativ muss immer gleich sein und meist dann eben im Plural mit einem A. Ansonsten habt ihr viele identische Endungen, die ihr ganz einfach unterschreiben könnt. So kommen wir zunächst einmal zu der wichtigsten Frage, was sind denn überhaupt so einendige Adjektive? Ich denke mal, ihr habt schon alle Adjektive so in Latein gemacht, aber hier ist eben wichtig zu wissen, dass diese einendigen Adjektive nicht normal dekliniert werden. Was das heißt, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, wenn wir uns die Deklinationen angucken. Was man auch noch wissen muss, ist, dass die Adjektive im Singular Nominativ nur eine Endung haben und nicht wie zum Beispiel Bonus, Bonar, Bonum drei Endungen haben. Hier sieht man ja ein ganz normales Adjektiv, wie ihr das bestimmt schon hundertmal gesehen habt, also Us, A, Um, aber genau hier ändert sich eben etwas. Eine Sache, die man auf jeden Fall zur Deklination bzw. zum Deklinieren sagen muss, ist, dass sie nach der dritten Deklination dekliniert wird. Also hier hat man die konsonantische Deklination. Hier gehen wir jetzt mal ein Beispiel ein und das ist Felix, Felix, Felix. Hier sieht man nur eine einzige Endung. Was bedeutet das jetzt? Wir gucken uns oben nochmal zum Vergleich ein ganz normales Adjektiv an. Us, A, Um, Us für Maskulinum, A für Femininum, Um für Neutrum. Und hier hat man eben Felix für Maskulinum, Felix für Femininum und Felix für Neutrum. Somit erkennt man hier eine Endung. Und genau aus diesem Grund heißt es auch ein endiges Adjektiv. Gucken wir uns das Ganze nochmal kurz etwas genauer an. Wie sieht denn die Deklination aus? Und zwar, wie wir gerade eben schon gesehen haben, Felix heißt im Nominativ Singular, im Maskulinum, Femininum und Neutrum, Felix, 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 genau gleich. Und das Ganze zieht sich eigentlich auch überall durch. Also die Endungen sind überall gleich. Bis auf, ganz wichtig, natürlich muss man im Neutrum mal gucken, da wir ja gelernt haben, im Neutrum sind Nominativ und Akkusativ immer gleich. Und meist hat man beim Plural dann auch ein A als Endung. Das sieht man auch hier im Singular hat man hier Felix im Nominativ und deshalb auch im Akkusativ Felix und nicht Felikem. Und wir haben im Plural Felicia als unser Nominativ. Und da sehen wir auch wieder dieses A. Und natürlich dann eben auch im Akkusativ. Hier sieht man auch wieder gleiche Endung. Nominativ, Akkusativ ist immer gleich im Neutrum. Kommen wir zunächst einmal zur wichtigsten Fragestellung des Videos eigentlich. Was sind denn jetzt so genau zwei endige Adjektive? Und zwar zwei endige Adjektive kann man eigentlich so beschreiben, dass sie eben nicht normal dekliniert werden. Also hier hat man definitiv eine Unterscheidung zu den ganz normalen Adjektiven, die ihr wahrscheinlich schon in der Vergangenheit gelernt habt. Wichtig noch zu wissen ist, woher auch der Name überhaupt kommt, ist, dass eben diese Adjektive im Singular Nominativ nur zwei verschiedene Endungen haben. Wir haben ja hier zum Beispiel Bonus A um. Da habt ihr bestimmt schon einige andere Werte auch kennengelernt, die auch dieses Us A um als Endung hatten, wenn sie Adjektive waren. Aber hier hat man eben nur zwei verschiedene Änderungen, statt eben diesen drei. Also Us A um sind ja drei und hier hat man eben nur zwei. Außerdem ist hier anders, dass sie eben nach der dritten Deklination dekliniert werden. Das bedeutet eben, diese konsonantische Deklination wird verwendet und wichtig war Bonus A um die O-Deklination und die A-Deklination. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel für ein zweiendiges Adjektiv und das ist Utilis, Utilis, Utilä. Utilis, Maskulinum. Utilis ist dann auch nochmal Feminum. Und Utilä ist Neutrum. Also hier hat man eben zwei verschiedene Änderungen. Kommen wir hier jetzt mal zum Beispielwort und das ist Brevis. Hier haben wir im Maskulinum und im Femininum haben wir Brevis im Nominativ Singular. Jedoch hier im Neutrum Breve. Also auch hier zwei verschiedene Änderungen. Dann sind die nächsten Änderungen eigentlich relativ gut, da sie eigentlich fast überall gleich sind. Also wir haben hier Brevis, Brevis, Brevis. Dann im Genitiv, Brevi, Brevi, Brevi im Dativ. Und im Akkusativ, Brevem, Brevem. Und dann ganz wichtig aufpassen, Neutrum. Was haben wir da gelernt? Natürlich Nominativ und Akkusativ müssen immer gleich sein. Also auch wieder Breve, genau wie die Nominativform. Im Applativ dann Brevi. Hier muss man auch aufpassen. Normalerweise wird es ja nach der Konsonantischen ein E sein. Aber hier ist es eben dieses I. Das müsst ihr eben auswendig lernen. Wenn ihr dann seht, zum Beispiel die Ausgangsform ist dann ein zweiendiges Adjektiv. Dann denkt immer dran, Applativ Singular ist ein I. Dann im Plural Breves, Breves und dann auch wieder aufpassen. Und im Neutrum, Breviar. Dann wieder genau gleich. Genitiv und Dativ. Und im Akkusativ, Breves, Breves. Und dann auch wieder im Neutrum gleich. Also Nominativ und Akkusativ hier wieder dasselbe. Und Applativ natürlich auch wieder gleich. So, falls ich euch mit dem heutigen Video weiterhelfen konnte, würde ich mich sehr mal ein Abo und über ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.